Hallöchen, Puppelchen, Hallöchen, Mommelchen und Willkommen zurück zu Let's Play Star Wars The Old Republic und ich merke gerade, dass ich ein bisschen aufgedrehter bin als sonst zwei Spieler. Auf jeden Fall sind wir jetzt unterwegs, alle Feiten zu überstehen und dann gehen wir los. Ich häng. alles kratzen und so und da sind weiter der krieger der hoffnung WTF Gewicht Danke Danke ich muss gerade nicht überall kratzen warum so klein nein verdammt warte mal Moment warte 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 in mehrere Das ist der Teile. Seppei! es ist ein necks es ist ein necks leiche 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 So. 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 Das ganze Sicherheitsaufgebot nur wegen eines verdammten Krans. Wo ist da der Sinn? Probleme, Sergeant. Oh, ja, mein Sith Lord. Bei der mir zugewiesenen Aufgabe bin ich auf überraschend starken Widerstand gestoßen. Mein Auftrag lautet, Angriffe gegen die republikanischen Abbauarbeiten zu führen. Wir greifen strategisch wichtige Ziele an, um ihren Fortschritt zu bremsen und sie zu provozieren. Kürzlich haben sie einen großen Kran errichtet, der in meinen Augen ein perfektes Ziel abgab. Ich schickte ein Team los, aber die Sicherheitsmaßnahmen waren dreimal höher als erwartet. Meine Männer wurden abgeschlachtet. Mal wieder. Und ich darf es ausbilden. Wie kam es, dass ihr den Feind falsch eingeschätzt habt? Meine Untersuchungen waren sicherlich nicht gründlich genug. Ein Fehler, den ich kein zweites Mal begehen werde, mein Sith Lord. Okay. Dieser Kran ist eindeutig wichtig für die republikanischen Operationen. Weitaus wichtiger als ursprünglich angenommen. Dieser Kran muss zerstört werden und die Republik bestraft. Aber ich habe nicht mehr genug Soldaten dafür. Das erledige ich. Das ist überaus. Großmütig von euch. Danke sehr. Ihr findet den Kran bei diesen Koordinaten. Viel Erfolg. Dankeschön. Wo war das schon wieder? Genau. Ah. Ein ziemlich großer Atrial. Dann gehen wir erstmal zum Hauptpunkt, Stützpunkt, was auch immer Punkt. Auf. Ah. 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 Oh Gott. Entschuldigung. Wollte ein bisschen überdreht alles. Sonst. Nimm das. Ah. Ah. Auf euch zu wehren. Hast du. Hast du. Hast du. Den Berg. Taktik видите. Taktik. Taktik. Das ist so schön, wie hier Falloutung so ein paar Taktiken schon so hat. Hände. Hände. Ich sehe jetzt mehr Hass auf Dädie als auf den Polen. merke ich gerade, beziehungsweise auf die, ähm, sie schwächelt beim Krieger ein bisschen, aber das ist ja interessant, okay, ähm, so. Ja, stimmt, das war ein großer Beat, stimmt, ja, da, 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 das ist mein Nuts. Und p увелич. Alter! überhaupt gar nicht unverschämt komm schon, ich hab dich trenniert, verdammt ich hab dich trennt, dann muss ich rein kann ich eine Kette nehmen ok ich müsste dann weiter hoch kraxeln hochkämpfen das müsste mach alter erschreckt mich nicht so nach Karte müsste er eigentlich und sie gespongert einfach hier so aufregend 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 Jetzt haben wir auch halbiert, vorerst. Das wollte ich gar nicht. Boah, Schnetzel, ist gerade alles durch, what, Ende von der Map, ernsthaft, nebendran, ach, so, ach komm, so, wo, bist du angeblich da, okay, okay, ah, ja, ja, das vergiss ich immer, ja, 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 fuck it, bueno, so, so, oh man, noch ein bisschen, danke, danke, scheiße, meine Kitznehmer, und sauer, aber noch mal zu, so, außen, nur Zelle, und sauer, ja, 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 okay, ja, 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 in silent, merke ich gerade, aber sie haltet gut durch, ist gut, okay, und jetzt, genau. Schweigt, Burger, wir sind nicht allein, eure Stärke ist beeindruckend, Sif, noch keine Macht wird es schaffen, der Republik Welt zu entreißen. Ach ja, das glaube ich eher weniger. Mein Lichtschwert wird euch die Zuversicht schon austreiben. Versucht nur mich zu besiedeln. Die Verbräuchte bei Chuba, ihr könnt schon lieber haben. Wahre Jedi brauchen nur die Macht. Weißt du was? Was ich bei deiner Wacht halte, genau. Komm schon. Leischein. 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 Passt auf, wo ihr hintretet, Jedi. Oje. Netter Versuch, Broga. Aber ihr windet euch nicht hierauf. Noch ein Toter und eine verbrannte. So, das... Ach ja, ich bin der... Ebenkürz. So. So, am... Ja, genau. Ach, die reagieren, genau. Sowieso, also können die rein theoretisch hier vorbei. Oder auch nicht. Ich versuche es immer wieder. Das klappt nie. Mann. Danke. Wieso geben sie so viel? Das klappt nicht. Das klappt nicht. Das klappt nicht. Das klappt nicht. Das ist gut, dann level ich schneller. schneller. Dankeschön. Ich nicht, äh, nicht, nicht, haben wollen, äh, sein haben zu einem Sinn. Warte, was? Der Kran wurde zerstört, Sergeant. Ich weiß. Ich habe die republikanischen Kanäle abgehört. Sie sind außer sich vor Zorn. Ihr müsst sich schwer getroffen haben. So sollte es sein. Es scheint, dass die Republik mit Hilfe dieses Kran seinen riesigen Schildgenerator bauen wollte, der weitere Angriffe unmöglich gemacht hätte. Ich sollte anfangen, nach weiteren Zielen zu suchen. Danke für eure Hilfe. Ohne euch wäre die ganze Operation hier zum Stillstand gekommen. Meine, 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 meine Verdienst. Und ich bin wieder voll. Yeah. Mann ey. Ich bin immer voll. Mann ey. So. Ich bin immer voll. Und ich bin wieder. So, welly. Um Ähm, you I say, you I say, ah komm, ah, da hab ich, ah, das ist gleich, okay, ähm, und da, so. Ähm.